Ein 6er im Lotto. Ja, ja. Ja, das lohnt sich nicht, sagen manche. Praktisch umsonst die Chance darauf haben und kostenlos Lotto spielen. Ich mach's. Ich kann's. Wer sich ein bisschen mit Stochastik auskennt, der kann das auch. So gut. Weshalb es mir hier um die ganze Sache geht. Ich habe damals ein Video gemacht, da habe ich zwar eine Linkliste gemacht, aber mittlerweile werden immer mehr Handys zum Einsatz kommen, sodass man diese Klicks hier gar nicht mehr ausführen kann. Aber jetzt müssten gleich die Klicks erscheinen, sodass ihr auf die vier wichtigsten Varianten, also Permutation, Variation, Kombination, mit oder ohne Wiederholung, solche Sachen oder Reihenfolge wichtig und, 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 auf diese Fragen dann die Antwort findet. Ich wünsche euch viel Spaß beim Lotto spielen. Wir sehen uns im Unterricht wieder, denn diese Links führen direkt in den Unterricht und erklären das alles.